Also die Brustkrebsvorsorge ist ein ganz wichtiges Thema, für das ich mich auch gerne einsetze. Denn es soll eigentlich zur Selbstverständlichkeit gehören. Brustkrebs ist schwer zu verhindern, ist aber, wenn er früh erkannt wird, relativ gut zu heilen. Und das muss einfach noch mehr aus der Tabuzone raus und so selbstverständlich Wiedergang zum Steuerberater sein.